Herzlich Willkommen in Aschaffenburg, genau in Haibach in der Industriestraße. Und dort ist etwas ganz Besonderes, nämlich die Coolbox von Getränkebräunig. Und das ist wirklich einzigartig, weil man kann einen leckeren Lugana beispielsweise oder natürlich ein hervorragendes Bier, das hier in Aschaffenburg gibt es zum Beispiel Schlappe-Säppel-Bier. Oder aber natürlich auch Cola und andere Getränke 24 Stunden an sieben Tagen der Woche genießen. Und zwar in diesem Container die Coolbox von Getränkebräunig. Und das schauen wir uns doch mal an, weil das ist wirklich etwas Außerordentliches. Man drückt ein, die Tür geht aus und man findet hier drinnen eine ganze Reihe solcher Tresoren, die alle komplett gekühlt sind. Das ist nochmal etwas ganz Besonderes, weil man bekommt dann seinen Lugana bereits gekühlt. Und dann gibt es hier eben ein Terminal. Dort sind die verschiedenen Artikel ganz einfach zu erkennen. Man bezahlt mit einer EC-Karte. Dort wird dann auch gleich erkannt, ob man 18 Jahre alt ist, weil wenn es um alkoholhaltige Getränke gibt, ist das natürlich sehr wichtig. Und es ist tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen. Und wenn man dann so glücklich ist und eines dieser Fächer ausgewählt hat, in dem Lugana angeboten wird, öffnet sich ein Fach, klack, und eisgekühlt eine Kiste Lugana. Und so sieht er aus. Das ist der Le Fornaci von dem Weingut Tomasi im Valpolicella und am Gardasee. Und da kommt natürlich dieser wunderbare Lugana her. Und das Weingut freut sich ganz besonders, dass es hier an dieser tollen Stelle vertreten ist. Und wir, solange der Vorrat reicht, wird in jeder zehnten Box, die alkoholische Getränke betrifft, auch da ist der Jugendschutz ganz wichtig, eine Flasche auf Kosten des Weingutes gekühlt für Sie vorrätig. Kommen Sie, solange es diese gibt. Wie gesagt, solange der Vorrat reicht. Das ist etwas sehr Besonderes. Industriestraße 10 in Haibach bei Aschaffenburg. Salute.